Willkommen zu den heutigen VIVI News Payout Alec, ein Comeback, das schauen wir uns an wann das ganze starten wird und wie das ganze starten wird, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für den nächsten Comic Drop, unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch die Drop Details an für eine weitere Disneyland Poster Collection, außerdem bekommen wir die erste Collectable Series von den Unglaublichen, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Käpt'n, dein VIVI OG mit den wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge spannender Themen mit dabei, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle mit dem Thema Payout und ja, viele haben es schon lange erwartet, wie der Payout erlebt, ein Comeback mit einem neuen Provider, hier auf jeden Fall auch nochmal der Artikel dazu, ich werde ihn euch unten in die Beschreibung packen, ansonsten ist auch natürlich auf meinem Kanal ein Video zu Payout an sich, zu dem Prozedere wird sich nicht wirklich viel ändern, wir haben hier immer noch eine Maximum Gem Balance von 500 Gems, die du auf deinem Konto haben musst, um mindestens 100 Gems auszuzahlen. Außerdem hast du ein maximales Limit von 50.000 Gems, die du innerhalb von 7 Tagen auszahlen kannst, was meiner Meinung nach doch schon relativ viel ist. Das Ganze kann außerdem 5 bis 7 Tage dauern, bis das Ganze dann auf deinem Account ist, dadurch, dass wir in Europa sind mit dem anderen Banksystem nochmal, könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen länger dauern, ansonsten musst du natürlich KYC haben, das ist ganz ganz klar. Ansonsten, wie gesagt, bleibt eigentlich alles gleich, die Fees bleiben gleich und so weiter und so fort. Das Einzige, was wir uns auf jeden Fall jetzt anschauen werden, wann wird das Ganze starten? Das Ganze ist nämlich jetzt hier erstmal auf die Vorbereitung nochmal gepostet worden, auf die Beta-Phase, die jetzt starten wird, für bestimmte Nutzergruppen. Es wird wahrscheinlich erstmal die Leute treffen, die relativ aktiv in der App sind und dann wird es immer Stück für Stück weitere Einladungen geben, aber wir können im Prinzip jetzt mit diesem Monat tatsächlich auch schon rechnen, dass Leute auf jeden Fall wieder Payout haben und wahrscheinlich dann im nächsten Monat auch wieder das Komplett aktiviert ist, je nachdem, wie schnell das Ganze funktioniert, wie gut das ganze System auch mit dem neuen Provider dann auch klappt. Wann Crypto Payout kommen wird, das werden wir dann sehen. Ich denke, es ist aber erstmal der wichtigste Schritt hier, Payout generell erstmal wieder zu freizuschalten und dann sich um Themen wie Crypto Payout zu kümmern. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen uns auf jeden Fall den Comic-Job an, den wir als nächstes sehen werden, und zwar nämlich heute, und zwar nämlich Ultimate X-Men Hashtag 1. Ich glaube, ich hatte das tatsächlich auch noch gar nicht vorgestellt. Wir haben auf jeden Fall das Ganze natürlich wieder im Whitelist-Format. Das Ganze ist heute um 17 Uhr deutscher Zeit verfügbar und wir haben hier auf jeden Fall auch nochmal einen Comic-Breakdown, könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf YouTube immer wieder gerne anschauen. Ansonsten haben wir hier insgesamt natürlich wieder fünf Cover, natürlich wieder auch hier mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Cover. Ich persönlich finde die Ultra hier gar nicht mal so schlecht. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall einen Listenpreis von 7 Gems, eine Edition-Aublage von 5000 Stück, was nicht so wirklich viel ist. Unter anderem haben wir hier die First Appearance of the Ultimate X-Men, was an dieser Stelle gar nicht so schlecht ist. Die Daten hingegen auf GoCollect sind nicht mehr als gut, muss man wirklich ganz klar sagen. 9.8 gerade mal für 48 Dollar, das ist halt einfach sehr, sehr wenig. Deswegen für mich persönlich jedenfalls kein Drop, den ich mitnehmen werde. Ansonsten findet der nächste Collector Talk auch schon morgen statt, nämlich um 20.30 Uhr deutscher Zeit, wenn wir natürlich hier wieder über das Thema Sammeln sprechen und noch sehr viel mehr. Schaltet auf jeden Fall sehr gerne ein, es wird auf jeden Fall einige spannende Themen geben und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall direkt auch zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt sind die nächsten Disneyland Resort Fantasyland Series Poster und hier sehen wir auf jeden Fall wieder am Freitag weitere Collectibles. Das Ganze um 17.00 Uhr deutscher Zeit, das Ganze werden wir natürlich im Whitelist-Format sehen. Ansonsten haben wir hier als allererstes das It's a Small World Poster. Das Ganze wird hier pro Box einen Listenpreis von 40 Gems haben, unter anderem eine Editionzahl von 1071 Stück und überall auch eine Secret Design. Natürlich, selbstverständlich auch, jedes Poster ist eine First Edition. Ansonsten haben wir hier als nächstes dann Alice im Wunderland. Das Ganze wird hier auch eine Editionauflage von 1058 Stück, aber ansonsten alle Daten genauso wie auch bei den anderen Postern. Ansonsten habe ich auf jeden Fall das nächste Poster. Das lese ich jetzt nicht vor, weil der Lama einfach ein bisschen zu lang ist, aber hier haben wir eine Editionauflage von 1055 Stück. Hier muss man auch ganz klar sagen, hier hat jemand ein bisschen mal geresearched und unter anderem hier zum Beispiel ein Gebot. Ich glaube, es ist auf Ebay gefunden, wo hier unter anderem so ein Originalposter für 3000 Dollar über den Tisch geht. Das heißt, gar nicht mal so schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Als nächstes haben wir hier dann Mr. Todd's Wild Ride. Das Ganze wird eine Editionauflage von 1071 haben. Ansonsten weitere Daten genau gleich. Ansonsten haben wir hier dann noch Peter Pan's Flight. Das Ganze wird hier eine Editionauflage von 1055 Stück haben. Ansonsten haben wir es hier auch wieder mit einem relativ interessanten Poster zu tun. Hier haben wir zum Beispiel ein Gebot von 4000 Dollar, was hier auf jeden Fall geboten wird für dieses Originalposter. Dementsprechend hier auf jeden Fall diese beiden Poster sind anscheinend relativ bekannt bzw. beliebt und auch nicht gerade billig. Dementsprechend für mich trotzdem auch kein Drop, den ich mitnehmen werde, weil ich einfach denke, dass viele Leute es trotzdem unter Droppreis verkaufen werden. Dementsprechend, ich schlage nach dem Drop zu. Ja, ansonsten natürlich für 40 Gems hier eine Secret Day abzusehen, ist natürlich auch nett. Das ist ein beliebter Disney-Poster. Eventuell kann es auch über Droppreis gehen. Das werden wir dann sehen, aber ich persönlich bin da ehrlich gesagt etwas vorsichtiger. Der nächste Drop ist die Unglaublichen und das nämlich am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Hier sehen wir an dieser Stelle die erste Series von ihnen. Natürlich wie immer im Whitelist-Format. Unter anderem sehen wir wahrscheinlich hier auch das komplette Team. Wir haben auf jeden Fall hier als Front schon mal einen der Charaktere mit dabei. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, wie ihr diese Collectibles findet und ob ihr den ganzen Job mitnehmt oder nicht. Ich persönlich werde ihn wahrscheinlich nicht mitnehmen, da wir einfach momentan nicht die Community haben bzw. einfach nicht die Masse an Leuten haben, die wahrscheinlich diese Collectibles kaufen würden. Nichtsdestotrotz, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Collectibles sein werden. Ich habe auch sehr gut vorgestellt, dass wir animierte Versionen bekommen werden. Wie gesagt, schreib du mir aber auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung zu den Collectibles unten in die Kommentare. Ansonsten kommen wir noch zu einem relativ kurzen Punkt, zu einem Tweet, der mir persönlich sehr, sehr wichtig war und zwar nämlich von Horst Krypto. Meiner Meinung nach mit einer der besten Krypto-Youtuber da draußen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch mal auf jeden Fall seinen Kanal anzuschauen. Und zwar hat er nämlich einen sehr interessanten Tweet verfasst, wo es unter anderem um Pensionsfonds bzw. Altersversorgungsvermögen geht. Unter anderem, ich lese das Ganze jetzt einfach mal vor, 2025 bis 2030 soll laut ihm ja auf jeden Fall mit einer der größten Bullruns überhaupt für Bitcoin und natürlich auch für Kryptowährungen passieren. Da weltweit 60 Billionen Dollar, das heißt an dieser Stelle wirklich Billionen, in Pensionsfonds sind und 250 Billionen Dollar in privaten Altersversorgungsvermögen liegen. Das muss man erstmal sagen, ist schon auf jeden Fall eine Menge, Menge Geld. Diese Fonds investieren außerdem 3% davon in Gold und 20% in alternative Vermögenswerte, was insgesamt 23% ausmacht, was die sozusagen nicht in Stocks oder sowas investieren. Derzeit liegt das ganze Wertverhältnis von Kryptowährungen zu Bargeld bei 1 zu 0,12. Das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich extremst wenig. Wenn auch nur 0,5% dieser 23% in Krypto fließen würden, könnte der Markt etwa um das 15-fache wachsen. Ich will keine FUMO streuen oder sowas, aber das 15-fache und wir reden hier wirklich von 0,5% von 23%, das ist wirklich extremst interessant und auch mit den kommenden Jahren, könnte natürlich hier sowas auch für Krypto interessant werden, erst recht für den Bitcoin, da das natürlich hier mehr oder weniger von vielen Leuten auch als das digitale Gold gesehen wird und dementsprechend hier auch das Gold ersetzen könnte, weil man zum Beispiel auch sieht, zum Beispiel 3% davon gehen in Gold, würde man sich vorstellen, 3% gehen davon in Bitcoin unter anderem noch oder man splittet das Ganze 1,5%, dann würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wo wir da mit dem Bitcoin stehen, aber das wollte ich euch auf jeden Fall einfach mal gerne geteilt haben, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, hier auch sowas definitiv im Blick zu haben. Schreibt mir auf jeden Fall auch sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten war es das auch schon wieder mit dem gesamten Video, wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dir das ganze Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, weil ich sich bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittagabend und bis dahin den Käpt'n, ciao, ciao.